Hallo miteinander. Wir stehen kurz vor Weihnachten. So möchte ich an dieser Stelle allen Involvierten vom Projekt Musik mit Herz einen Weihnachtsgruss schicken. Ich wünsche allen mit ihren Familien schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bin kürzlich zurückgekommen von Jordanien und zwar mit Volker Wedler, einem plastischen Chirurg und dem Team von Chaira. Wir haben den ersten Einsatz gemacht vor Ort in Jordanien selber. Wir haben bereits fünf Operationen durchgeführt und einen erfolgreichen ersten Kurzeinsatz gemacht. Auf der anderen Seite, bei der mobilen Zahnklinik, konnten wir den Container weissmalen. Mit Pilotenfreunden und privaten Freunden haben wir bereits den Container bereit, um das Equipment einzubauen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte. An dieser Stelle einmal mehr möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das Engagement, für euer Mittragen und für eure Investitionen. Ich wünsche allen schöne Weihnachten.